der zweite so schwer ja jetzt hast du mitten reingelabert ist egal weiter geht's wir können auf jeden fall noch ein bisschen aufnehmen es geht's wir fahren da hoch das heißt ja nichts wir fahren einfach mal rückwärts ist auch okay ego-perspektive habe ich mal gemacht also das auto ist schon echt nützlich würde ich sagen ich glaube wenn wir laufen würden würde das viel länger dauern soll ich mal außenrum fahren wegen ja straßensperren das dauert den muss so lange ja aber trotzdem wenn die zombies uns anfallen während wir an der straßensperre stehen dann haben wir ein echtes problem ach ja wie spät ist es eigentlich keine ahnung ach so wie kann man die uhr anschauen also in echt jetzt was schätzt du ich schätze 10 ja doch 10 könnte hinkommen oder ich weiß es gerade nicht weil vielleicht kann ich sogar noch was rendern weil ich will auf jeden fall noch hochladen wie wir dieses geile auto hier haben wie heißt eigentlich dein kanal schicke ich dir nachher ok hier diesen feldweg geradeaus ja woher warum wird man zu langsam auf diesem feldweg weiß ich nicht eigentlich ist das eine straße da könnte man eigentlich schnell fahren geht aber irgendwie nicht das regt auf ja Alter hier so aus dem fenster gucken das ist richtig geil das spiel ey also jetzt hier wo wir so lange überleben sollen wir gleich in diese scheune rein ja ja guck mal Leute wir überleben hier richtig lange und ähm finden so geile sachen und ähm wenn ihr das auch mal habt dann lohnt es sich auf jeden fall das also das macht wirklich richtig spaß und das lohnt sich wirklich ähm Arma 2 Combined Operations nur für hier Achtung ich legge boah in die scheune rechts oder links ist das hier jetzt oh hier sind pengen ne soda can darf ich die ja ja ok wo ist der zombie die endfield mark oh hier hat's wieder ne jerrycan sauber ach ja ich hab meine auch noch im inventar oh ey oh Gott du tötest ihn ja ok ähm ich blute nicht was ich geh zurück zurück zur jerrycan ey ich mein zum fahrzeug die jerrycan reinlegen darf ich auch warte wie geht denn das ich mach das mal da kommen Viecher da kommen Viecher oh knall die mal ab oh leck tot oh die schlagen mal so haken ey er ist noch nicht tot lol ok wie pack ich die rein hinten ja da with fuel offward ne nein 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 was denn hinten hingehen und dann das nach doch doch take cherry take ne take nicht sondern ey warum take ne take nicht aber wie pack ich die rein ich glaub da kann man nicht mehr reinpacken oder doch wie denn hä warum take cherrycan hier steht take du hast mir was verstaucht weil du wieder mich reingelaufen bist lol echt aber du leckst hier rum ich hab keine ja wie sollte man das hier hineintun können ich hab die doch die hab ich hier komisch egal nehm ich halt noch einen im ruckzack mit warte hier nimm mal meine ne warum deine ja was soll ich mit meiner die mein inventar braucht platz ja warte haupt da haupt da ich ich tisch durch aber ich will auch ein paar kills mensch sei froh dass du noch munition hast ich hab gleich keine mehr ja hm das ist scheiße wir brauchen echt muni ähm soll ich meine jerrycan wieder fallen lassen oder was ne hey behalte es im inventar ja scheiße aber ok ok keine muni mehr in die scheune oh man dein aim ist ja voll retard lol was ist hier los ok warte lol du hast ja doch noch schüsse ja ein paar ja ein paar lol wo ist der denn hin tot ist der tot ja da hast du ne warte da ist ein zombie warte den schiss ich ich mach das schon lol ist der tot ne ne das voll verfehlt ja ich kann nicht durchs holz schießen ja bist du blöd ja ich kann das nicht machen warte normal ich hab einen schuss da liegt ne winchester oder so warte was ist das ne double barreled ne double barreled mit da ist ein bisschen munition bei ein also ich weiß es nicht wo noch mal ne jerry can sauber ist das ne leere coke ne noch ne ich hab noch ne äh cola gefunden sauber die pack ich dann auch mal ich hab jetzt äh getränke 2 im rucksack äh also 2 getränke im rucksack 2 äh im inventar 3 essen und halt ein getränk kann ich wieder vollfüllen und gib mir mal bitte ne bluttransfusion ich hab 8400 das sagt richtig ok ja ich hab 8100 ja nimm meine strotflinte auf kann ich nicht warum nicht ey ich meine meine waffe oh man warum verspreche ich mich deine waffe ja meine hat noch einen granatenwerfer drauf ah ok warte dann nehm ich ah das ist geil gut und die äh munition nehm ich mir auch mal mit die noch da drin ist ne die du hast was hab ich jetzt fallen lassen warte mal ein bisschen muni hast du ja noch ach ich hab fleisch fallen lassen ähm dann droppe ich mal die jerrycan kurz warte nimm du die mal auf ja ich hab selber nicht nur platz wart ich geb dir kurz ne bluttransfusion ok warte nimm mal open back ja wo ist jetzt das munition dein ach das hab ich hier aber jetzt liegt hier schon wieder flatt danke ach das meet so gut dann liegt da jetzt okay ähm wie sieht's aus ich hab einfach jetzt zwei jerrycans im inventar aber ok die jerrycans pack die doch weg dann oh wire fencing kit pack ich alle weg man nicht wir brauchen kein stacheldraht ja ähm ich hab jetzt ein bisschen munition da heißt sechs stück die meisten sind aber leer dann schieße ich die jetzt bald mal leer ich lade mal durch ja achso der nimmt immer die mit den meisten okay ähm wie viel schüsse hast du mit deiner zwei zwei nur den schieß nicht ich nur im notfall du hast guckt mit fall das oder wie ah ne ne da kommt jetzt was warte den schieße ich ab ja oh man was hast du bei dir gemacht jetzt wird unser auto geklaut werden wir krass schießen ab achso gut der stirbt nicht doch als töte die der der server scheiße die spawnen die ganze Zeit neu ja ja weil der kann ja hier drauf sprinten du schießt auf die leiche lol nein gut sind alle tot ja toll ich muss was essen warte ach danke für die bluttransfusion übrigens wie viel hast du brauchst du eine oh jetzt essen warte ich ess mal was okay ich hab jetzt wieder 12.000 schau mal was die zombies gedroppt haben ja wollen wir sonst an der stelle erstmal aufhören und abspeichern sozusagen und dann beim nächsten mal was ich 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 meine ganze magazine haben jetzt nur noch ein paar schüsse wie das fahrzeug ach so stimmt wir haben ja noch ein fahrzeug ne das will ich nicht fallen lassen ne das will ich nicht fallen lassen äh das will ich nicht da lassen ich das ist richtig geil ich